Hallo, hier ist Fabian und ich bin Jonas. Und heute stellen wir euch einen unscheinbaren Deckel einer Kriegsgefangenen-Sendung vor, die Philipp Trutzl an seine Frau Heidrun Trutzl schickte. Wenn wir uns den Deckel genauer betrachten, fällt auf, was für eine Mühe sich doch der Gefangene gegeben hat, der mit einer sehr guten Schrift geschrieben hat, sich Hilfslinien zog und sogar Überschriften unterstrich. Wenn wir zum Zustand des Deckels kommen, kann man sehen, dass der Deckel keinerlei Risse vorweist, noch irgendwelche größeren Einschläge oder Dellen und es gibt auch keinerlei Spuren, dass der Deckel schon mal geklebt worden ist. Also der Deckel ist für sein Alter und dafür, dass er aus einer Kriegszeit kommt, in einen sehr guten Zustand. Wenn man sich den Deckel genauer betrachtet, fällt eine Adresse auf, nämlich bei den 4 Ulmen Nummer 11. Sie fragen sich wahrscheinlich, ob es diese Adresse heutzutage noch gibt und was dort ist. Und ich kann Ihnen sagen, diese Adresse gibt es bis heute und dort steht ein ganz normales Wohnhaus. In der Nähe hingegen steht die Druckerei Trutzel, welche vielleicht zur Familie gehörte. Dann fragen Sie sich noch bestimmt, was diese 18 in einem Kreis zu bedeuten hat. Und ich kann Ihnen sagen, es ist eine Art frühere Postleitzahl gewesen. Diese Postleitzahl war damals die Gebietspostleitzahl vom Gau-Westmark, was heutzutage quasi die Pfalz und ein Teil vom Saarland ist. Und dann kommen wir zu weiter mysteriösen Fragen, die sich ergeben. Zum Beispiel, was war in dieser Kiste? Und auch da kann ich Ihnen leider keine eindeutige Antwort geben. Es könnte sein, dass nur eine Art Lebenszeichen war von Philipp Trutzel und seiner Familie. Aber da kommt dann die nächste Frage auf. Nämlich, warum, wenn es nur ein Lebenszeichen ist, schickt man eine ganze Kiste und keinen Brief? Die Antwort könnte ganz simpel sein. Nämlich, ein einfacher Brief geht in der damaligen Zeit viel leichter verloren als so eine Kiste. Die übersieht man nicht so leicht. Außerdem wäre es ein Brief, hätten wir ihn bis heute wahrscheinlich nicht mehr erhalten. Diesen Kistendeckel immerhin schon. Nächste Frage. Wieso schickt ein Kriegsgefangener etwas an seine Familie und nicht seine Familie an ihn? Denn, wie bekannt, hat ein Kriegsgefangener nicht so viel zu schicken. Und da muss ich Ihnen leider zum dritten Mal sagen. Wir wissen es wieder nicht genau. Wie gesagt, es kann nur ein Lebenszeichen sein. Es könnte auch irgendwelche wichtigen Utensilien für die Druckerei gewesen sein. Aber es könnte auch ein Gegenstand mit besonderem Wert für die Familie sein. Zum Beispiel eine Art Uhr oder eine Kette. Und jetzt noch eine weitere Frage, die vielleicht nicht ganz mysteriös ist, wie die davor. Sie fragen sich bestimmt, wie der Gegenstand in unsere Hände, eher gesagt in die Hände des Museums, gekommen ist. Es war nämlich so, der Deckel wurde gespendet von einer Frau, deren Mutter leider kürzlich verstorben ist. Ihre Mutter hat in diesem Haus gewohnt bei den vier Ulmen Nummer 11. Und eben beim Ausräumen dieses Hauses fand man diesen Deckel in einer Tüte auf einem Schrank. Dann wollte ich noch erwähnen, die kürzlich verschorbene Frau, die in diesem Haus gewohnt hat, hat in dieser Druckerei gearbeitet. Kommen wir zum Fazit. Also wie Sie sehen können, gibt es hier noch viele weitere offene Fragen und viele Vermutungen. Man muss definitiv weiter auf Spurensuche sein, um eventuell diese Fragen zu lösen. Gibt es bei Ihnen in der Familie vielleicht auch noch Postsendungen aus der Kriegszeit? Vielleicht geht ihr auch mal auf Spurensuche zurück in die Vergangenheit. Sie hörten eine Folge des Museumspodcasts Talk to me. Ein gemeinsames Projekt des Grundkurses Kunst 12.1 der Robert-Schumann-IGS, des Erkenberg-Museums und der Stadtbücherei Frankenthal. Anlässlich der Ausstellung Willkommen im Museum. Ankäufe und Schenkungen.